Ah, so. Gehen. So, gut. Ah, jetzt kommt der nächste. Aber da brauchen wir gar nicht mal zu spielen. Da brauchen wir gar nicht zu spielen. Alles andere als gut, meine ich. Ähm, gut. Er wird es schon wieder probieren. Ja, okay. Dann probier es nochmal. Na gut. Ich habe einen neuen General. Meine Einheiten haben Level Up. Sein Vorteil ist halt, dass er so eine Einheit hat mit einem Skorpion. Die Plünderer, die sind total uninteressant, aber der Skorpion ist nicht so gut. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich wieder hier aufstellen. Aufbauen. Ich würde mich ja gerne wieder hier aufbauen, weil hier ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle. Und er muss so oder so hier hin. Ähm, aber mit dem Skorpion. Ich glaube nicht, dass ich den versinken kann. Ich glaube nicht, dass ich den versinken kann. Das heißt, wenn ich mich ja quasi hier aufstelle, dann kann er mit dem Skorpion einfach in meine Reihen schießen. Also in den Rücken meiner Reihen. Und das will ich eigentlich vermeiden. Ah, die Pekanierer haben schon ein bisschen sich wieder ein bisschen erholt, was da richtig gut ist. Ich werde es jetzt so machen. So, die sind weg. Die Hoppliten, die passen hier auf. Und du bist? Ah, noch einer. Du schaust, wo du gebraucht wirst. Äh, nein. Pferde, kommt mal hier und versteckt euch. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Komm schon, komm schon, komm schon, das schaffst du. Komm schon, in die Seite. Scheiße. Scheiße. Ja. Nochmal, nochmal schnell, schnell, schnell. Na gut. Ja, das war zu erwarten. Okay, der ist komplett... Der ist komplett hier. Das ist komplett da. Okay. Bisschen Plünderer. Ich glaube, die kann ich jetzt auch abrüsten. Oder halt da absetten. Wie nennt man das? Ähm. Wegtun. Weil hier wird er dann höchstwahrscheinlich nicht angreifen. Ich muss versuchen, den so schnell wie möglich... So schnell wie möglich einfach zu vernichten. Wieso seid ihr hier nicht... Nicht versteckt? Wohin geht? Der will nicht in die Falle laufen mit den Piken. Schade. Das ist ziemlich schade, ey. Der will die da haben, oder? Die Armen. Und der? Hä? Wohin reichtet der denn? Ich glaube, der will meine... Nee. Okay, doch nicht. Ich bin mal gespannt, welche Linie der geht. Also entweder so... Oder so. Oder komplett komisch so. Aber jetzt hat er... Jetzt hat er halt mehr... Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Also wenn wir verlieren, ist alles gut. Wenn wir... Ähm... Wenn wir gewinnen, ist das Problem, dass hier noch ein Schiff ist. Und das wird sich auch nicht mehr bewegen. Und das wird sich auch nicht mehr bewegen. Äh, das ist schlecht. Das ist ein bisschen nervig. Wenn ihr so ein Bug habt, müsst ihr dann entweder neu starten oder ihr wartet die 55 Minuten ab. Also wenn ihr dreifach vorspult, dann ist es selbst nur noch, in Anführungsstrichen, so eine Viertelstunde, was ihr dann warten müsst. Aber es sind halt immer noch, ähm, ja, 14 Minuten. Oder ihr spielt halt das Spiel nochmal. Oder das Gefecht. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd, ne, dass mein General da ist. Warte mal, ich hol mal den General zurück. So, hier ist alles fein. Da hat er keine Fährenkämpfer, das ist gut. Und der geht schon wieder nach da. Kavallari geht mal nach da. Einfach in die Ecke. So. Das ist ein bisschen blöd, dass, äh, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Ich hab's schon mal hingestellt. Äh, die schwachen Einheiten hier, oder die, äh, äh, na, die halbstarken, ähm, halbvolle Einheit. So, jetzt haben wir's hierhin, wo der, der Hauptangriff geschieht. Und alles andere, ähm, genau, die, die vollen dann links, dann, äh, rechts in dem hier. Ist ein bisschen blöd. Aber, äh, aber, äh, aber, ja. So. Genau, hier ist jetzt alles, äh, gewonnen. 56 haben die gerade. Ähm, oder passt GS, GS, gute Schlacht, besser. Gute Schlacht, besser als was? Ah, statt GG. Ah. Jo. Also GG ist, oder GG ist ja auch, äh, äh, kann man, entweder good game oder gut gespielt, äh, kann man ja beides sagen. Okay, der hat noch keinen, keinen gespielt, äh, keinen verloren. Hier auch nicht. Jetzt wird's hier halt ein bisschen problematisch. Da kommt schon die Verstärkung. Komm mal weg. Die gehen auch mal weg. Und, äh, versuchen hier in den Hintern zu beißen. Das hat er jetzt nicht gesagt. So. Gut, ihr ruht einmal aus. Jetzt kommen wir an die großen Lungs. So. Das sind so Sklavensteinschleiderer, aber die sind ziemlich, äh, gar nicht schlecht aufgestallt. Warte, ihr... Vielleicht brauche ich mal jetzt, äh, da außen rum. Wobei, ne. Ihr geht mal hier hin und, äh, erobert es zurück. Und ihr geht hier in den Rücken. Das ist besser. Ja. Ja, oder gut gekämpft, ja. Okay, die haben jetzt, äh, fünf verloren. Aber ist alles noch im, ähm, lila, plassblau karierten, ähm, Bereich. Oh, ich bin heute wieder so lustig. Kennt ihr das, wenn ihr eure Witze euch schon selbst nerven? Oh, schön. So. Da ist alles Paletti. Weil der, der verliert jetzt schon nicht un... Unviele. Das mit dem ist halt echt, äh, blöd jetzt. Das ist echt, äh, schade. Gut, äh, gewonnen. Okay, ich, äh, stelle mich mal da auf. Einfach damit er nicht hier durch... rushen kann okay er hat es wieder ein verloren aber das ist kein problem und geht ihr denn hier geht es nur eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht das ist jetzt unpraktisch das ist jetzt unpraktisch dass ich keine munition mehr habe weil der hat noch zwei schlaven fernschützen fernschleiter du gehst dahin ein bisschen zurück und wenn es mal ein bisschen mit deiner figur ganz gut erkennt ihr das ja wenn ihr über witze das lacht weil sie dermaßen unlustig sind ob das so hofft natürlich wieder zurück bei mir ist es auch so so oft so oder passiert mir passiert das so häufig dass ich über nicht über den witz lache sondern über die person die diese erzählt weil die dann so abgeht also voll schlecht den witz erzählen und immer zwischendurch anfangen zu lachen das beste so ich hole mal meine kavallerie für etwaige nudelparaden hier nudelparaden jetzt nur im kino die nudelparade gut hier haben wir nochmal voll und hier haben wir halbstark die hier können wir jetzt mal eine ehe lassen wir so hatte du gehst ja zurück weil die piken haben ja könnte es selbst ausmachen okay ich drängel mal die die fernkämpfer ein bisschen in richtung kavallerie ja schön sehr schön sehr schön und wieder gewonnen das problem sind jetzt ist jetzt das schiff also entweder wir quatschen jetzt ein bisschen und lassen die feucht fröhlich darum schippern oder wir machen irgendwas anderes oder halte neustart aber das ist glaube ich noch langweiliger 22 und 44 auf der kaff ok ok oh 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 kavallerie schnell weg die haben sich gerade schon umgedreht zum schießen da habe ich gerade Panik bekommen also ne habe ich nicht aber so kavallerie der Rest gehört euch nicht in Formation dann sind sie einen tic schneller also wirklich unmerklich ok ich spüre mal vor weil ja jetzt müssen wir noch bisschen warten ich weiß gar nicht wie lange man da wartet bis die zeit umgeht oder ab geht abläuft so also die die haben schon ziemlich ramazamba hier gemacht ne ich bin mal gespannt wie viel die zerstört haben wir müssen ja schon einiges vernichtet haben hier also einige hundert so was ist mit dir was ist mit dir ach naja gut gut ähm dann würde ich sagen wir können ja währenddessen eine kleine Pause machen also das läuft hier ja schön weiter aber ähm ich hole mir ein Stückchen Schokolade und währenddessen geht die Zeit um genau dann bis gleich und wehe wenn ich jetzt rausgehe wehe der der kommt jetzt rein und macht alles glatt jetzt habe ich mein Eis schon fertig du hast ein Eis das ist ne geile Idee ich hole mir ein Eis bis gleich aber du hast Und insgesamt 10 Kavalerieeinheiten, also 5 mal Schock und 5 mal Normal. Dann, danke, und dann 2 bis 3 Streitwegen, Sichelstreitwegen, die dann durch die leichten Infanterieeinheiten einfach durchschnetzeln. Warte, genau, dann sind wir bei 13. Dann 4 mal Plankler Kavalerie, 17 und 3 mal Elefanten, 2 oder 3 Elefanten, genau, und dann je nachdem, ja. Also das ist ja momentan, damit komme ich gerade ziemlich gut zurecht. Aber ich bin noch nicht auf Sparta gestoßen, weil Sparta hat ja nur schwere Infanterie. Und Infanterie mit so großen, äh, großer Moral, äh, oder hoher Moral. Das ist, ja. Musste ich mal ausprobieren. So. Yeah, wir sind endlich fertig, Rang erhöht. Mysterien von Eloises. Ja, wunderschön. Ähm, er ist jetzt zu mir gekommen, aber in Gewaltmarsch. Hm. Warte, das sind jetzt 4, das sind 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht eigentlich. Äh, wie willst du Sparta killen? Ich hab keine Ahnung. Also ansehe, Sparta zu killen ist einfach. Aber, ähm, wenn man nur mit Cavalry arbeitet, oder eben nur mit, äh, Tieren. Hm. Das wird happig. Gut, der sagt, ich hab ja ziemlich viel Verluste. Oh, der hat sauviele Pekiniere. Wenn ich Glück habe, geht er mit seinem Pekinieren auf die Mauer. Er muss mit dem Pekinieren auf die Mauer. Dann ist es einfach. Weil der rechnet natürlich, äh, anders bei, äh, Befestigungen, Belagerung. Aber dann greife ich mal an. Hm. Habt ihr, ähm, mitbekommen, dass bei dem neuen Total War, also nicht Toya, sondern, äh, Three Kingdoms, ist jetzt ein neuer Patch raus. Und da kann man, ähm, kann man eine, äh, eine Fraktion spielen, die halt auch mit, äh, Tieren angreift. Also mit Tigern, mit, äh, Elefanten und so weiter. Das ist auch ziemlich lustig. So. Woher will ich den angreifen? Hm. Hm. Der böse Tobi. Hm. Ja, da wo ich stehe, macht's eigentlich schon am meisten Sinn. Hm. 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 Ah, kalt. Mull. Hm. So. Gut, meine Fernkehbarer, die süßen, kleinen, gehen mal hierhin, stellen sich hier auf und ballern darunter, was das Zeug hält. Die Pekiniere kommen erst später ins Spiel. Uh, das ist so eine, oh, schon mit Kampfkonzentration. Uiuiuiui. Das ist richtig, richtig heftig. So, so viel, da brauche ich eigentlich gar nicht. Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was ich mache? Ich, äh, hole mir zwei. Die brauchen halt dann, äh, ein halbes Jahrhundert. Aber die, äh, schicke ich nach hier oben. Weil hier können eh nicht alle, ähm, acht, ähm, Platz haben. Warte, die schicke ich mal auch hierhin. Weil, dann sind sie ein bisschen geschützter. So. Warte, ich fange mit euch an. Oh. So. So. Gut. Ich fange mit euch an. Es nähert sich feindlicher Unterstützung. Mhm. 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 So. Ihr bitte hier hoch. Äh, na gut. Dann lasse ich die, äh, Leiter mal da. Und komm hier wieder, hier zurück. Okay, ähm, er hat leider, 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 hat er hier keine, ähm, keine Sperrkämpfer oder Peganiere raufgestellt. Das wäre nämlich zu gut. Das wäre so gut gewesen. So. Aber in der Hügel ist halt auch cool, ne? Ja. Hier kann ich halt jetzt von oben nach unten schießen. Und dadurch haben die weniger Schutz. Ja. Ja. Warte ein bisschen vor. Was ist das? Wow. Irgendein Mob. Ja, schön. Oh, das, das, äh, das klappt schon sehr gut. Ach, hier ist die Bürgerwehr. So. Aha, 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 die Bürgerwehr ist da. Oh, das stimmt. Der hat sich auch noch nicht entschieden, wo er hin will. Hier ist der Mob, hier sind die... Ah, hier sind die Pekinierer, natürlich da ganz weit entfernt. Das ist negativ. Schade, der hat die echt nicht ganz so schlecht hingestellt. Ich hoffe, er kommt hoch. Wenn er hier bleibt, das ist ja meine Taktik. Er hat mir zugesehen. Okay, die Töme machen schon ein bisschen zu viel Damage. Okay, es könnte sein, dass er hochkommt. Oh, cool. Um... Um... Bis zum nächsten Mal.